Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir im Thorsten. Aber es ist gar keine richtige Folge, denn es ist eigentlich nur eine Ankündigung auf eine Premiere, morgen Mittag auf YouTube. Das heißt also, wenn ich von morgen spreche, spreche ich vom Mittwochmittag. Je nachdem, vielleicht schaut ihr die Folge hier, nein, dieses Ankündigungsvideo noch am Dienstag. Dann ist es für euch natürlich der nächste Tag. Also Mittwochmittag, 3.4.12 Uhr kommt meine Update-Folge raus. Und die solltet ihr nicht verpassen, sage ich mal. Denn das ist alles ein bisschen aus meiner Brille. Ich weiß, ihr kennt jetzt schon alles. Vielleicht könnt ihr mir noch ein bisschen was Neues erklären, denn ich bin mit bei euch im Chat. Und ich freue mich tierisch, muss ich sagen, denn ich habe dieses Update so ein bisschen genossen. Ich bin im Moment noch mitten im Dreh für die Folge, eigentlich für die Premiere. Und bleibt auf jeden Fall dabei. Ich werde das auch Ganze im Community-Tab hier auf YouTube einmal kurz mal publishen. Wer dann Zeit hat oder Lust hat, ansonsten könnt ihr das natürlich später als ganz normales Video auch nochmal schauen. Dieses Video hier wird irgendwann mal vom Kanal verschwinden. Denn es ist nur ein Ankündigungsvideo. Und wenn wir aber noch viel, viel mehr diskutieren wollt, dann könnt ihr das auch am Mittwochabend mit mir machen. Das heißt also, ich bin an auf Twitch.tv online für euch, diskutiere mit euch über das Update, zeige euch Live-Angriffe aus der, ich sag mal, alten neuen Liga vom Clan Herausforderer. Denn dort haben wir schon die ersten Kämpfe, denke ich mal. Oder aber, mal sehen, vielleicht machen wir auch was live. Und ihr braucht aber nur auf Twitch.tv, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung, einfach auf Follower drücken, auf Benachrichtigungen drücken. Und dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr auf Twitch.tv von mir. Ist fürchterlich einfach, ist auch völlig umsonst, genau wie hier auf YouTube auch. Und ich würde mich auch da sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und also, wie gesagt, dies sollte nur ein Ankündigungsvideo sein auf das Video. Das ist auch echt verwirrend. Am Mittwoch, das heißt, ich feiere mit euch die Premiere. Das Video wird ein bisschen länger. Also haltet euch Erdnüssebereich, wie ich sie nicht mehr habe. Und ich werde aber morgen Mittag welche haben, beziehungsweise am Premiere-Tag. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Toto Clashed.